In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Arbeitsplatz vorbereiten, bevor Sie mit der Anwendung von Adresen beginnen. Zuerst bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihr Kunstwerk vor. Legen Sie zunächst Ihre Werkzeuge zurecht. Zum Beispiel ein paar Müllsäcke, Ständer für Ihr Kunstwerk, Abdeckband, eine Wasserwaage, einen Messbecher, ein Mischgefäß, einen Stab zum Mischen, eine Spachtel, eine Einwegbürste, Einweghandschuhe, einen Butangasbrenner, Adresen, Ihr Kunstwerk natürlich und eine Box zum Abdecken des Kunstwerks. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kunstwerk trocken ist, bevor Sie das Adresen applizieren. Wenn Sie eine Leinwand bearbeiten möchten, dann empfehlen wir Ihnen, die Rückseite mit etwas Pappe zu verstärken, sodass das Adresen sich nicht in der Mitte der Leinwand ansammelt. Versiegeln Sie Materialien wie Tinte, Papier oder dergleichen, um ein Auslaufen oder eine Durchtränkung zu verhindern. Falls Sie die Seiten Ihres Kunstwerks mit Harz bearbeiten möchten, kleben Sie die Unterseite Ihres Kunstwerks ab, um eventuelle Tropfen aufzufangen. Legen Sie einen Müllsack auf eine ebene Oberfläche. Platzieren Sie Ihr Kunstwerk auf die vorgesehenen Ständer. Stellen Sie sicher, dass es gerade liegt. Nun geht es weiter mit Schritt 2. Also geht es weiter mit Schritt 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 9. 8.